Und damit auf ein neues, zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact. Ich habe länger nicht aufgenommen und ich hoffe, dass das Internet nicht gleich weggeht. Aber, wie ihr seht, habe ich sie noch gezogen. Das werdet ihr, wenn ihr das Video davor seht, auch gesehen haben. Aber, wir sind eigentlich auch sofort wieder dabei, ein neues zu ziehen. Nämlich, jetzt gibt es ein neues Banner mit Yoimiya. Und, wird sie wahrscheinlich versuchen zu ziehen. Vor allem auch, weil sie ein Pyro-Charakter ist und ich habe keine guten... Beziehungsweise, keinen guten 5 Sterne. Gar keinen 5 Sterne Pyro-Charakter. Laden gescheitert. Ja, na gut. Laden gescheitert. Puls. Und hier hat sich nichts geändert. Wir haben am Ende versucht. Und vorher gibt es Aktionen, die wir ausprobieren müssen. Erstmal den Probelauf mit Yoimiya. Da gibt es diesmal auch Diona. Hallo. Ah, hier. Ähm, Xiang. Xinjiang. Xinjiang. Und... Sayu. Und die will ich vielleicht auch ziehen. Sieht aus wie so ist. Aber probieren wir sie erstmal aus. Bogenschütze sind ja teilweise nicht so beliebt. Aber, ja. Wenn die gut reinhauen, sage ich, warum nicht. Sie hat hier natürlich jetzt auch gute Ausrüstung. Das ist Level 80. Aber grundsätzlich... Mal gucken. Wind, die war ja auch eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Zeit für eine Lichtshow. Ai, ai, ai. Ah, ja. Das ist hier auch gegen Elektro extra, weil... Da gibt es ja überladen und so. Ah, jetzt hat sich auch gleich den Bogen da, den wir ziehen können. Oh, das Internet schon wieder. R2. Ja, wie gesagt, Bogenschütze, da müsste man erstmal mit umgehen können. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von. Man kann das hier, glaube ich, sogar... Genau, da kann man das aufladen. Und sie macht irgendwas mit ihrem Feuerwerk. Voll cool eigentlich. Äh, habe ich jetzt die... Die Kraft verloren? Also alles nur sowas. Äh, du Schleim. Gut. Jetzt probieren wir das mal aus. Was macht das? Uh. Wie siehst du denn? Ach, nee, das ist mein Effekt auf die hier. Oh, was macht der? Eigentlich müsste ich deren Schild ja auch verbrennen können, oder? Oh, nein. Ha, wie doof. Ja, spring halt genau dann. Ja, das werde ich rausschneiden. Ach, du lieber Gott. Das ist schon cool mit ihren... Feuerwerksfeil, ne? Pam, 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 pam. Ah, der hat immer mit seinen blöden... Ich darf nicht zu weit am Rand. Hallo. Zack. Da kommen die Feuerwerkskörper. Man kann jetzt auch theoretisch die anderen ausprobieren, die da im Team sind, aber... Au! Werde ich jetzt nicht tun. Lass mich doch in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Ah, der hat so ein Schild, das kann man mit Feuern natürlich auch gut durchbricht. Wie kommen denn noch von euch? Was willst du mit dir? Springt der mich hier einfach ein? Ey! Alter. Okay, dann probier mal das kurz aus. Shang-Ling ist aber auch Feuer. Tatsächlich. Attacke! Goal! Oh nein, jetzt haben wir noch so einen blöden Magier. Tja. Nee. Du denkst eigentlich, wer du bist. Nein. Boah! 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 Vorher ins Gesicht. Boah! 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 Ja, ja, ja. Ich mach gleich mit raus. ach komm der hat nur noch ein leben oder so ich verarschen naja irgendwie haben wir es ja geschafft ist eigentlich auch nicht schwer warum bin ich ja darunter gefallen so ein richtiger anfänger übrigens was ich euch noch gleich zeigen werde er hat das sowieso nein nein das wollte ich nicht geht denn heute alles schief denn hier aus aus dem video hier vor was ich glaube einfach 5 nennen werde oder so habe ich auch gemerkt dass es für mich jedenfalls oder zufällig war keine ahnung besser das einzelpult zu machen deswegen gibt es keine 10er puls größtenteils mehr wenn ich nicht gerade irgendwas dagegen habe zu beziehungsweise dafür hallo dieses spiel beziehungsweise man mit technik jetzt hier einsammeln mein gott so hier gibt es noch brüllende feuer aus brunst ja niemals genau das muss ich ja auch irgendwie nicht nicht das war nicht das anders wir werden gleich vermisse schätze machen keine sorge aber ich wollte euch nur zeigen dass um die renneanimation von normalen charakter ist ja so bei euler und bei kitching beispielsweise auch so aber kam es hat ja gar viel cool verschwindet so ein eis ich habe von jemanden anderen gehört dass das schon charakter hatte nur mit wasser glaubt mona war das oder so ja aber jetzt werden wir diese question weil da gibt es sehr viele uhr gesteins und gibt sie ist vermisst du schätze an der küste von einer summe bist du auf einen schatzsucher namens ullmann gestoßen er war der partner einer schatzsuchenden serie aus unerfindlichen gründen reagierte die selie aber nicht mehr auf ihn hallo darf ich das lesen die schatzsuchende selie scheint nun an dir interessiert zu sein vielleicht kannst du ihr neuer partner habe ich mal gespannt das ist habe ich schon gesehen der größere quest irgendwie ich mir erstmal was anderes ab es hat bisschen durcheinander und ich weiß auch nicht ob wir diese quest diese aufgaben in einem part abschließen können weil ich habe gesehen dass das einiges ist aber mal gucken ich bin noch verschnupft ich hatte gestern fieber war krank und tag heute ist mittwoch meine zweite impfung ja aber wir reden hier so viel über corona oder über irgendwas davon weil wer weiß wenn sich immer dieses video in ein paar jahren anguckt wie sich das alles verhält so jetzt wird's weiter geschehen jetzt hole ich die sachen ab sonst dauert das wieder zu lange ach so das war dieses mail gibt's hier nicht warum brenne ich denn da immer an diesem blöden also das habe ich hier kennengelernt hier gibt's coole sachen wenn man das macht dann fürs kochen hallo ich will das da ja gut kann man gleich wieder los schicken ist jetzt hier gibt es sehr viele zutaten theoretisch geld oder ärzte deswegen ist das eigentlich ganz cool kann man hier noch was hallo ja mache ich immer die gleichen sachen weil ich weiß bei welchen rezepten ich was brauch und das ist dann halt einfach sinnvoll am anfang hatte ich auch gedacht dass der charakter den man dann einsetzt dass man den dann selber hier nicht mehr benutzen kann aber das ist zum glück nicht der fall ein bisschen blöd wenn das so gewesen wäre so jetzt hier seht ihr die truhe aber verfolgen da sollen wir nämlich hin aber sieht aus als wir die im wasserrat geht ab immer gespannt ich habe keine ahnung ich habe mir nur minimal sachen angeguckt aber da wurde mir auch nichts erklärt beziehungsweise das war so aus dem kontext gerissen eine sache weiß jetzt auch da unten dieses herz das ist ein element was es noch nicht als charakter gibt sondern nur in gegner form das ist nämlich den droht für pflanzen und so hat es da noch kein charakter über grün ist mein lieblingsfarbe und pflanzen sind auch so natürlich weiß man mit grün verbindet auch so mein ding aber es gab es jetzt nur einen charakter an der story aber den kann man nicht ziehen und nicht spielen der wohl den droht sein soll ein und ja da so ist er doch der typ pullmann koste bis du es ein bisschen selimagnet oder was aber du willst mir jetzt mal dankeschön komm hilf mir doch bitte ach man ey ich laber nur und mich hat eine welle verschluckt und ich weiß jetzt nicht was ich hier mache ich bin nämlich ein ex-freund hessily ach Gott ex-freund und es ist alles heute ich lese das jetzt nicht vor aber du hilfst mir doch oder also komm jetzt sind wir zu dritt hier ist ein buch und du du musst das noch finden und ja wenn du ein paar sachen bringst dann bringen sie mir dann taug ich das ein und schau dir die scha ich hab schon eine selie bekommen oh schau dir die schatzkarte in ullmanns schatzheft ein folge der karte um zum gebiet zu gelangen an dem der schatz vergraben ist und man markiert jeden tag zwei neu zwei neu entdecktes stellen in seinem schatzheft jetzt die frage ob ich jetzt scheiße hab weil ich erst ein paar tage danach spiele oder ob das halt die tage danach auch freigeschaltet wird ohne dass man spielt du kannst die schatzsuchende selie in der nähe des schatzes beschwören solange du sie in dein inventar trägst wenn du dich allerdings nicht in der nähe eines schatzes oder zu weit im wert vom ort befindest an dem der schatz versteckt ist wird die schatzsuchende selie nicht auf deine beschwörung reagieren wenn du dich dem ort näherst an dem der schatz versteckt ist beginnt die schatzsuchende selie mit einer insensität zu leuchten je immer stärker wird je näher du dem schatz kommst wenn die schatztrube erscheint fliegt die schatzsuchende selie direkt zu der stelle wo der schatz begraben ist und man scheint in wirklichkeit in der eisenmünzen in der schatztrube zu sein tausche sie gegen verschiedene belohnungen sobald du alle hast kannst du die erkundung des gebiets finden eine schatzschärgte verbreitet sein mhm vier stunden noch, dann kann ich das einsetzen. Hier, seh doch dieses objekt wird, ähm, ablaufen mhm als ein Gewerker zerstörte seine Gems ja tausch händler aber ist das nicht er kann 300 uhr gestein kaufen ist ja geil diese mini 8000 diese selis alien aber das ist wenn ich jetzt noch mal mit hier reden stopp was du das gleiche ja du machst das gleiche besonderer schatz hier seht ihr die anderen sind noch nicht verfügbar ja schatz zu eins haben man kann 60 finden im nord kann ich das irgendwie ach da sieht man wo das ist um den fluss rum unten rechts von dem blauen das sollte bei dem wald oder herausforderung also das ist davon muss eigentlich kämpfen hier unten rum ja okay das wird noch ein paar paar parts beanspruchen mal gucken hab ich gespannt wir sind doch schon hier schwere die selie l1 und kreis der schatzkarte beim auskamen der scherze kannst du vielleicht auch einige besondere fragmente einer schatzkarte stoßen kann falls du diese fragmente zu einer kompletten schatzkarte zusammenfügen kannst kannst du vielleicht den hinweisen ob der schatzkarte folgen um den geheimen schatz finden wenn du dich in der nähe von dem geheimen schatz befindet kannst du dich schatz suchen der selie beschwören einer schatzzone oder geheimen schatz begraben es ist der boden manchmal mit ich darf doch ich will nicht kämpfen was wollt ihr denn vor allem mit ihr das ist auch gar nicht so stark lähen wir diese wenn wir diese Lage einfach sage denn das ist auch gar nicht so stark ich Nein, lass es doch bitte sterben. Ich könnte gerne einfach sterben. Das ist das Simpelste. Ich weiß gar nicht, ich meine, ihr sucht vielleicht auch Schätze, okay, aber... Leute... Ihr habt keinen Sinn für Schätze. Ihr seid nur arme Leute. Okay, das macht sich besser. Ich glaube, dann wollt ihr umso mehr das machen. Oh Gott. So, das fällt jetzt auch mal zu, Mann. Fuck. Ähm, was haben wir hier denn? Ah. Ich verstehe. Was ist denn der Tipp dafür? Mhm. So, wo willst du noch hin? Kann man da hoch, bestimmt. Ach, warum kommen denn da mal Gegner? Ach, warum kommen denn da mal Gegner? Wie nervig. Wie nervig. Kommt da jetzt bei jedem Schritt Gegner? Oh, nee. Warum habe ich denn mit ihr jetzt schon Leben verloren? Alter, was geht hier ab? Ich verstehe ja Euler noch nicht, also... Die kann man, glaube ich, richtig gut spielen, wenn man es kann. Haha, wer hätte es gedacht, dass man das kann, wenn man es kann. Aber ich kann es im Moment noch nicht. Ihr lasst das mal schön. Was denkt ihr euch eigentlich dabei? So, ja, wir machen das jetzt mal. Nee. Ah. Wissen die nicht, dass man Leute nicht angreifen sollte? Die eigentlich viel stärker sind? Die haben wahrscheinlich keine Ahnung. Ich bin so unbekannt wie... Was gibt es als Beispiel? Ja, Dragon Ball. Da gab es doch diesen... Nicht Mut'n Roshi, sondern den anderen. Deswegen hat er sich ausgegeben. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich geh weg. Hier unten irgendwo vielleicht. Oh, sie? Hä? Ach da. Okay, jetzt kommt aber keiner. Das ist interessant. Ah, das war jetzt auch sowas. Mhm. Ich sollte noch weiter hier rumlaufen. Ich sollte noch weiter hier rumlaufen. So, vier gibt's nicht mehr. Ja. Das war's. Ja, du Bär, du bist jetzt kurz weg. Dann haben wir jetzt hier... Ja, und zwei von denen, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Gut, dann... Mhm. Dann gibt's da noch besonderer Schatz 2. Und vielleicht noch einen dritten. Deckt Herausforderung? Hm. Ja, aber wir ziehen jetzt zum Ende noch. Und da bin ich mal gespannt, ob wir... Glück haben. Ich hab's sicher als letztens gezogen, aber... Puh, komm. Let's go. Na, ich tausch das jetzt erstmal. Also muss ich das jedes Mal... Hier. Das ist sonst sehr nervig. So, jetzt. Uuuuh, lila. Aber... Ah, schade. Ich hätte lieber Sayu gehabt. Naja, weiter geht's. Aber... Äh... Erhofft euch nicht zu viel. Wir werden ja noch häufiger ziehen. Habt ihr eben gesehen, dass wir da noch was kriegen, aber... Ja. Auch in Anbetracht dessen, was noch kommt... Bei anderen, ähm... Findet man das Banner. Banner, Banner. Ich mach mir jetzt auch nicht so viel Hoffnung. Äh... So. Komm, noch ein Charakter. Ah, schade. So. Noch dreimal. Man, bitte, bitte. Ah. Okay, zwei lilaner ist nicht so schlecht, aber... Ich hätte mir Sayu gewünscht. Jetzt habe ich Sin Yandy verbessern können. Super toll. Das ist ja mega. Was ist denn? Da... Ne, nicht hier. Na ja. Das ist jetzt gar nichts. Aber... Ich habe noch nicht auf, was das angeht. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir schalten in der nächsten Folge von Let's Play Engine Epic wieder ein. Also nicht verpassen. Weck da lassen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann.